Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege, dieses Mal dabei sind Dalu, Maxi und der Sachse. Hallo. Grüßt euch. So. Ich würde euch eigentlich für die Waffe in der Öffsitz. Danke. Nix, 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 nix freigeschalten, schade. Dann. Und schau. Nix freigeschaltet, okay, den nehme ich. Aber wir werden ja auf der Waffe halt gehen bis hier. Das geht auch ohne. Einen Russländer ziehen sie noch mit Kim und Korn. Smoke, mal schauen. Drainer, ist schon wieder Drainer abgehauen. Hallo, es ist lau, hauen alle ab. Auf der nächste ab. Ich habe keine Lust gegen uns zu spielen. Ja. Einer hat ihn zu lauern. We need to protect the biohazard container. Ah ne, jetzt kannst du den machen. Die bubbeln draußen rum. Was ist das noch draußen? Na ja, so vor dem Raum. Gibt es eigentlich irgendeinen Trick über diese Pipa zu kommen? Ohne das auslöst? Ja. Irgendwie drunter herkriechen, keine Ahnung. Glaub leider nicht. Glaub aber nicht. Der von dem Ding hier her, oder? Habe ich mir noch nie angeguckt? Ach du vollidiot, es hat doch gepasst. Könnt ihr da nicht reinspringen, sagst du, oder? Richtig. Bis ganz, ob das so richtig platziert ist. Sieht ein bisschen zu weit links aus, ne? Herrgott im Himmel, aber dann wurde er jetzt erschossen. Direkt Headshot durch, wahrscheinlich irgendeine Mauer. Ne, ich sehe das für seinen Todespunkten leider nicht. Stimmt, würden wir ja auch nicht tun. Das wird trotzdem dran hindern. Ich bin auch gerade sehr ruhig. Ach Gott. Ich habe aber immer so ein verficktes Glück in letzter Zeit. Noch lebt es, ey. Die pumpen dann nochmal durch, jetzt ist es weg. Geht aber noch. Wahnsinn. Ne, jetzt nicht mehr. Und nochmal die dritte Ladung durch. Ja, gut. Loll. Wie hat mich... Loll. Ja, ja, ja. Diese random Maze. Hat der einen Wallhack? Loll, der möchte ich nicht wundern. Ich glaube, wir werden gecheatet. Yo, 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 sagst du hinter dir. Der hat, der hat. Der hat. Der hat mich gerade durchs Fenster in den Rücken. Ja, ich war gerade am Laufen und er ballert durch das geschlossene Fenster. Ballert direkt einen an, ey. Bei mir wird aufgeschweißt. Da noch dran. Nicht mehr. Bei mir ist ein Schild. Oh Gott. Nein, Grundrang. Das ist gut. Hinter dir, sagst du? Ja, ja. Am Fenster, seilt er sich da runter? Ist das der Killer? Ach, das ist er. Nicht irgendwie an Fenstern zeigen, das müsste Glas sein. Ja, deswegen ja. Ich stehe halt zwischen den zwei Fenstern. Ich glaube, links. Ja, links ist der, den Schatten. Ja, lol. Kommt der durchs Fenster? Der hängt am Fenster, habe nichts Zeichen. Der hat allerdings, ich habe ihn tatsächlich gerade gesehen. Ja, aber ey, ich... Keine Ahnung. Ich lag unter dem Schreibtisch so halb und konnte so einen minimalen Schlitz sehen. Ey, er hat da reingepallert. Also irgendwas ist nicht ganz genau hier bei denen. Das wäre wirklich das erste Mal, dass ich mir 100% sicher bin, dass einer cheatet. Also so oft wie du, die durch die geschlossenen Wände ganz nah bei uns reingebadert haben, das ist schon fast ein bisschen mysteriös gewesen. Man weiß es nicht, vielleicht in der Verteidigung oder so, aber so hatte ich bis jetzt immer noch das Gefühl, ja, das kann ja möglich sein. Ja, aber kurz nachdem du das gesagt hast, war das halt so geil, weil plötzlich flogen so zwei Schlüssel links und rechts von mir um die Ohren. Durch das geschlossene Fenster. Ich bin durch die Fenster gegangen und der hat mich frei abgehoben. Und da geballert. Zumal unser Mate-Votail irgendwie auch getötet. Ja, da hoffe ich eigentlich mal, dass da weiter Glass spielt, da ist gar nicht so gefährlich mit dem Wallhack. Ich glaube, da gibt es Schlimmere. Könnte oben sein? Keine Ahnung. Oben oder unten? Da wurde es aus, oder? Ja, oben, über unserem Gebäude, über unserem Raum, wo wir waren. Ah ja. Im Tower oben. Also da wurde jedenfalls eben instum eine Drohne weggemacht. Wie war das jetzt eigentlich eben, der da? Der Snowman ist das. Oh nein, du weißt ja, wo wir spawnen. Das ist jetzt eigentlich voll Kacke. Ich weiß gar nicht, ob wir dann zum Haus wirklich kommen. Wenn er weiß, wo wir, wenn das der Fall ist, ne? Das Fenster ist offen. Das Fenster ist offen, ja. Ich hab Angst. Ich hab die Drohne weggegeben. Ist er da? Siehst er da raus? Das waren zwei, die sind in die Richtung, also nach rechts weggegangen. Ja, das ist ein Fenster. Und die haben gerade durch das geschlossene Fenster unseren Mate, der an der Wand hing, direkt angeballert, als er davor hing. Ja, aber wie kommen wir jetzt rein? Das wird nicht leicht, ey. Also ich will eigentlich lieber nicht an irgendein Fenster hängen, weil dann... Unser Mate wird die ganze Zeit durch die Fenster weggeballert. Ja, okay, er hat dann aber aufgehauen. Achso, okay. Du darfst sagst du ja. Ja, ja. Und ist deinem Mate eigentlich runtergefallen, sagst du? Äh, die soll hätte so mehr oder weniger. Ich will ja nur die Fenster hier. Ja, wobei es ja eigentlich schlechter ist, so ein Smoke. Er sieht uns ja im Zweifelsfall dann... ...trotzdem. Kann man sich sehr sicher sein, halt, ne? Kommt halt irgendwo im Dach rein, können wir, ne? Pass auf, dass die Tötler war. Es gibt leider keine Dickenluke. Unser Dude ist reingegangen schon? Ja, der ist drin. Das ist gut. Der ist weit drin, ja. Er tappt noch. Hier ist jemand drin, ne? Vor dem Grunde haben wir es auch links von dir. Ab in. Lebt nur noch einer von denen. Ist im Raum. Ist im Raum hinten. Schön. Höhlen, Maxi. Oh, damn. Der Steiger. Warst du gut drauf, Maxi. Ich bin mir nicht ganz sicher mehr, weil die hatten auch auf beiden Seiten Fenster offen direkt am Anfang. Es war halt nur komisch, dass bei uns da direkt zwei standen. Genau, er hat ja immer durch die Fenster geschossen. Es geht ja nicht darum, wenn es offen ist, ist es ja schon gut, aber in der Runde davor hat er mich durchs Fenster angeschossen. Obwohl das noch zu war. Und Sachse halt, ja. Also das war schon... Muss man mal schauen. Kann ja alles sein. Er ist, keine Ahnung, Snowman.exe. Level 67. Ist jetzt an sich nicht hoch. Weißt du, wenn du dann doch viel spielst, geht er schon. Gerade wenn du, ich glaube, alle Singleplayer Sachen machst, kriegst ja auch viel EP. Ja, das stimmt. Halt mal gucken. Eine. Und wenn er den Drobo oben macht. Ich hab keinen mit. Da ist der... Ja, ja. 10 Sekunden, 2 Insertion. Kamerabschiedung. 5 Sekunden und kümmern. Kann man auch nicht um? Können sie den nicht trotzdem in die Beine schießen? Ah, ne, du hast ein Schild. Nice. Er hat sich selbst aufgestellt. Fehlt einem von euch noch die Weste? Ja, mir. Ja gut, weißt du nicht. Er hat sich gezeigt. Achso. Denk ich. Also, das anders kann ich mir jetzt grad nicht erklären, weil er muss sich gezeigt haben. Da ist ein Schild noch bei mir. Wo stehst du und in welche Richtung guckst du? Ich stehe in die Richtung. Ja, in welche... Wo ist das? Ist das da ein Ausgang? Achso, ne. Das ist der Ausgang, ja. Bringt nichts, bringt nichts, bringt nichts. Wow. Ja, direkt hinter dem Schild ist an der. Klar, den hab ich aber angeschossen. Wird sein, den müsstest du ja eigentlich bekommen können. Warum war die Killcam jetzt vorbei, bevor ich erschossen wurde? Okay, Klaas hat... Ich hab den Snowman. Das ist der Tank gewesen. Also, das Schild ist daunt. Mhm. Pass auf, die Trämpel ist immer noch Klaas. Ich sehe, wenn die durchs Trempel kommen. Ist rechts weg. Ja, super. Dann kann ich auch ein bisschen chillen, ja. Hab noch Rapshills. Die fusen irgendwo. Die bleiben hier. Oh, die fusen von oben. Ja, ich hab fusen. Nice. Pass, pass. Dann nur noch Glas. Ist auch bei mir oben. Ist auch bei mir oben. Ich guck auf die Treppe. Da ist noch ne Kamera bei der Treppe. Ja, ich seh die Treppe, ich seh das. Wenn er da runterkommt, sag ich's an. Hat ne Kamera zerschossen? Sag mir, wenn er unten im Gang ist, lieber. Ja, ich kann ja schon mal sagen, wenn ich ihn sehe, sage ich schon mal Treppe oder so. Ich denke, der schießt durch die Decke durch, oder? Also ich höre ihn halt schießen, ich weiß nicht von wo. Die Kamera weg? Ne, 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 alles gut. Würde ich schon ansagen. Ein bisschen das Gefühl, dass er... Von da kann er noch nicht kommen. Ich seh ja auch, dass... Die andere Seite seh ich ja auch, wenn er von da kommen will. Also wenn er durch die Tür hinter dir kommt. Toll. Ich hab ihn. Dann halt so. Habe ich mich extra wegpositioniert. Ja, wir haben uns extra auf beide Seiten positioniert von der Treppe und dann hast du gut ihn. Was hast du gemacht? Hacker oder nicht? Wir haben es geschafft, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da. MVP. Mit dem MG. Du bist zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.